Am Samstagmorgen ist es noch kalt, bei einem Grad. Doch wenn das überstanden ist, dann erwarten uns wieder zweistellige Temperaturen. Dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Der Samstagmorgen wird mit einem Grad noch kalt. Im Laufe des Samstags steigen die Temperaturen auf 13 Grad. Den Tag über ist es leicht bewölkt. Ein Mix aus Sonne und Wolken. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 4 Grad. Und auch für den Sonntag sind die Voraussichten ähnlich. Morgens leicht bewölkt, abends wolkig. Am Montag kommt es zu leichten Regenschauern. Bei 11 Grad weht zudem ein frischer Wind. Der Regen hält auch am Dienstag wieder an. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 10 Grad. Die Wetterlage in den nächsten Tagen kann sich auf den Kopf und auch auf den Kreislauf niederschlagen. Patienten, die an niedrigem Blutdruck leiden, sollten beschwerdenfrei bleiben.